Heute ein Beitrag für die, die Klavierspielen lernen und sich fragen, womit beginne ich am besten? Im Juni und Juli widme ich mich Klavierschulen für Anfänger. Mehr dazu erfährst du auch in meinem Blogbeitrag, den ich in der Beschreibung unten verlinke. Bela Bartoks Mikrokosmos ist dabei mehr als eine Klavierschule. Der Mikrokosmos ist ein musikalisches Werk, bestehend aus sechs Bänden. In Band 1 geht es um Grundlagen des Klavierspiels. Fünf-Finger-Lage, musikalische Aufgaben wie wechselnde Hände, Parallelbewegung, Spiegelbild und vieles mehr. Erfrischend anders ist der Klang. Bartok nutzt Kirchentonarten und Volksmelodien aus seiner Heimat und integriert diese in seine 36 kompositorischen Miniaturen. Prädikat besonders wertvoll. Am 18.06. veröffentliche ich meine Einspielung Bela Bartok Mikrokosmos 1 auf den großen Streamingportalen wie Apple Music, Deezer und Spotify. Hört rein! Wenn ihr auf dem laufenden Lime wollt, abonniert bitte auf diesen Kanal, klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Im nächsten Monat dann einen Beitrag zur Klavierschule. Klavierspielen, mein schönstes. Klavierspielen, mein schönstes.